Willkommen, ich zeige Ihnen hier jetzt ein Stück aus der Hausausstellung von Lichelig und zwar das Modell 24700 Miro als zweisitziges Sofa mit zwei in kleineren Eleder Z7555 Espresso ein wunderbar kubisches Sofa, welches hier mit dieser doppelten Fadennaht veredelt worden ist hier auch einen schönen Überschlag an der Armlehne, sehr klassisch kubische Wirkung man vermutet nicht, dass das Sofa noch mehr kann ja was kann es denn? Sie drücken hier aufs Knöpfli, wo ist das Knöpfli? Hier und schon geht der Sitz nach vorne, das ist aber nicht alles jetzt kommt die Fußstütze raus und jetzt schiebt das ganze Ding noch nach vorne eine maximale Bequemlichkeit haben Sie natürlich dann, wenn Sie hier dahinter noch eine Kopfstütze einklemmen, diese sind nicht dabei, aber schauen Sie bei uns nach Kopfstützen oder Sie kaufen sie sich regulär im gleichen Leder nach höchste Bequemlichkeit mit diesem Inkliner ist garantiert und Sie müssen nicht von der Wand wegbleiben, weil der Inkliner nur nach vorne schiebt Sie können natürlich auch wunderbar so drauf liegen Sie können das bei beiden Sitzen tun Achtung, Sie müssen das Sofa ständig an der Stromquelle haben, aber es dürfte kein Problem sein, da man das Sofa ja zumeist an die Wand stellt sehr toll, maximale Bequemlichkeit auf kleiner Fläche, Sie brauchen nicht viel Platz für Miro Miro ist ein Systemprogramm, wo Sie alle Teile mit verschiedenen Armteilen, mit verschiedenen Features bekommen und dieses Stück wurde in Kronlach in der Hausausstellung gezeigt, ist 1,82 m breit und steht bald bei Ihnen, wird mich freuen, Dankeschön und Tschüss! ...